Useful German dot com Hallo, ich bin's. Hallo, ich bin's. Heute zeige ich dir mein Zimmer. Mein Zimmer hat ein großes Fenster. Vor dem Haus stehen Bäume. Auf dem Fensterbrett steht mein Wecker. Mein Wecker ist rot. Mein Wecker ist rot. Der Wecker klingelt jeden Tag um 7 Uhr. Das Fenster hat weiße Vorhänge. Das Fenster hat weiße Vorhänge. Vor dem Fenster steht mein Bett. Vor dem Fenster steht mein Bett. Mein Bett ist sehr gemütlich. Mein Bett ist sehr gemütlich. Auf dem Bett liegen zwei Kissen. Mein Bett ist grau. Meine Kissen sind bunt. Meine Kissen sind bunt. An der Wand hängt eine Uhr. Es ist 8 Uhr. Neben dem Bett steht mein Kleiderschrank. Neben dem Bett steht mein Kleiderschrank. Vor dem Kleiderschrank steht mein Schreibtisch. Mein Schreibtisch ist sehr klein. Mein Schreibtisch ist sehr klein. Auf dem Schreibtisch steht mein Computer. Auf dem Schreibtisch steht mein Computer. Neben dem Schreibtisch steht ein Stuhl. Neben dem Schreibtisch steht ein Stuhl. Mein Schreibtisch ist sehr klein. Dieser Stuhl ist nicht sehr bequem. Dieser Stuhl ist nicht sehr bequem. Neben dem Stuhl steht mein Papierkorb. Neben dem Stuhl steht mein Papierkorb. In der Mitte meines Zimmers liegt ein großer Teppich. In der Mitte meines Zimmers liegt ein großer Teppich. An der Decke des Zimmers hängt eine Lampe. An der Decke des Zimmers hängt eine Lampe. Der Lichtschalter befindet sich neben dem Fenster. An der Decke des Zimmers hängt ein Poster. Über dem Lichtschalter hängt ein Poster. Auf dem Poster sieht man eine Sonnenblume. Ich liebe Sonnenblumen. Magst du auch Sonnenblumen? Magst du auch Sonnenblumen? Hier steht meine Gitarre. Daneben liegt ein Fußball. Ich habe schon lange nicht mehr Fußball gespielt. Das ist eine Kommode. Die Kommode hat vier Schubladen. Auf der Kommode steht ein Globus. Ich kenne alle Länder der Welt. Vor der Kommode steht mein Rucksack. Ohne Rucksack gehe ich nicht aus dem Haus. Links an der Wand hängt mein Fernseher. Vor dem Fernseher steht mein Sessel. Auf dem Sessel sitzt meine Katze. Auf dem Sessel sitzt meine Katze. Neben dem Sessel liegen alte Zeitungen. Neben dem Sessel liegen alte Zeitungen. Ich lese regelmäßig die Tageszeitung. Auf dem Sessel liegt die Fernbedienung. Auf dem Tisch liegt die Fernbedienung. Neben der Fernbedienung steht eine Vase. Neben der Fernbedienung steht eine Vase. Außerdem liegt dort ein Würfel. Außerdem liegt dort ein Würfel. Wie sieht dein Zimmer aus? Wie sieht dein Zimmer aus? Schreibe mir bitte einen Kommentar. Schreibe mir bitte einen Kommentar.